So Leute, wir sind drin. Oh, Nels ist das auch dabei. Nein! Dieser ultimative Ausmehrzerbutt. Oh nein! Ich habe zwar schnell gespeichert gerade vorher. Ah, das ist Fleisch. Scheiße. So, wir können ja gar nicht saufen. Verplucht. Oh, eine eiskalte Nuka-Cola. Die holt's jetzt raus. Aber wenn der Roboter mir noch einmal haut, dann habe ich's richtig hinter mir. Haben wir Impulsminen in der Tasche? Zufällig. Granate. Vielleicht hält ihn uns die Kryo-Mine erstmal kurz vorm Hals. Oh, fuck. Ich habe ja die Minen ausgewählt. Stimmt ja. Ah, sie ist alle! Sie ist alle! Wo ist er hin? Oh! Genau! Ich sehe doch alles wilde an! Scheiße! Der Bot kommt immer näher. Ich komme kurz hier auf den Schreibtisch. Okay, wir naschen was. Ausgehoben ein Steak. Da, das ist doch gut. Gibt's noch irgendwas, was uns vielleicht... Naja, egal. So, die Mollys werden uns jetzt nicht rausreißen. Äh, rausreißen. Wir müssen erstmal... Ey, wir haben noch den Raketenwerfer, Leute. Den hab ich da extra für so eine Fälle in der Tasche. Mann, komm raus hier, Digga! Ah! Das ist zu nah dran! Ah, jetzt ist er weg! Fuck off! Der muss erstmal einer von euch jetzt hier in der Rakete fressen. Nelson... Kniet! Wat habe ich denn... Alles klar. Wer fäppt denn hier so rein, Alter? Ach, durchs Fenster, ihr Clowns! Naja. Davon haben wir ja ein paar. Geh' away. So, jetzt ist er bloß noch... Der Bordeaux. So, für den rüsten wir jetzt nochmal... ...den Raketenwerfer aus. Den muss ich unbedingt mal auf eine Schnelltaste packen, demnächst. Geladen ist er. Wir haben Crit bereit. Wo ist der Pisskopf hin? Oh ja, oh, der ist das, was ich jetzt brauche. Nicht! ...hat Nelson jetzt beruhigt nachdem ich mit den Kπα 오른en schossen hab? ja wir haben noch von einer echt statt der bot jetzt mal herkommt er redet ihr mit uns aber ich kann ihm halt nicht quasi alter mann du bist zu nah dran jetzt lüft weg wohl den kopf weggeballert aber war nicht so schlimm kommt es gleich weg wir müssen jetzt aufpassen dass sie nicht über den treden lang ist ein auge weg dass er gut dann speichern wir jetzt wir frischen uns auf speichern ich höre ich in einem stil aber auch noch eine menge so dann gibt es das safe versteckt sich hinter dem busch so ein schlaues mädel red rocket is coming steckt dahinter ein schuss immer gutes zeug bei diesen so krass ich finde die modelle auch so cool so jetzt verändern wir erstmal kurz leichen guck mal hier das ist immer vielleicht noch ein bisschen was wert so mal gucken ob er uns noch was erzählt dazu jetzt ok ist ja jetzt so schwer dazu zu sagen hat ja da hinten ist irgendwie gekrochen oder mal gucken ob ich hier noch eine schraubmaschine ab stauben kann gleich stifter auch gut immer gern gesehen hier bei uns halt deine fresse du auch noch zwei haben sie lieber weg ein pfeifen weil hier so ein über typ kommt aber die bots sind echt bitter also wenn man jetzt nicht die möglichkeit hätte sich im inventar zu verkriechen und entspannt immer zu regenerieren wäre ich schon so oft verrückt die sind einfach so stark und er hätte eine minerin geschmissen so jetzt können wir hoch noch in der linken hand können wir hier umdrücken und er hat nicht weggekämpft er hat sich jetzt einfach nur da oben irgendwie so positioniert dass man nicht direkt angreifen konnte kommen wir jetzt da hoch das ist nicht wir müssen mit dem lifter hoch oder was ne sind wir da angekommen totale verwirrung nehmen wir die treppe das noch am einfachsten sie haben jetzt nochmal die chance sich das zu überlegen abgefahrene gerätschaften die hier modelliert haben schönes bettchen ist er jetzt abgehauen wie hat er das gemacht faltenanzüge haufen schicke klamotten das ist ja jetzt meine klasetypen haben immer diesen diesen ausgang noch ne diesen fluchtweg aber das macht mich jetzt alle das ist ja durch den schrank denn dann kommen ist hier eine heime tür oder so kacke lass mich kommen aber ihr kriegt doch hier eine anzeige aber ich komme der sache auch nicht näher experte kann ich leider nicht verpflucht verpfluchte axt oh ach schade guck mal hier einfach nur messergriff das muss so richtig richtig gutes teile sein das ist so ein elder scrolls ding wo du so alle teile zusammensuchen musst um am ende dann so eine richtig lame bewaffnet zu bekommen das gibt es hier noch weiter du musst mir immer so ein bisschen angucken das kapiert nicht oder ist halt unten er zeigt ja auch nach unten warum halt wie doch die kann ich jetzt hier weg Leute euer ernst Pinky bisschen Cotenance ich könnte alle leben ist das durch okay m oh nein 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 ich wollte mir keinen setzen und ich bin hier raus aber ihr macht jetzt auch nicht den schaden aber ich darf nicht mal aus so eine übertriebene technik weil ich will mich doch jetzt gar nicht mit euch einen anlegen welche eine schreibmaschine geklaut haben aber vor einer seite müssen das ja alles irgendwie so die karts anhänger sein also wenn wir das theoretisch was ist das hier ich soll jetzt wieder hoch das macht mir fällige kassen ich darf hier eine stimme mitnehmen ohne ärger zu bekommen aber ich kann mir das ja nicht aussuchen hier drinnen das scheint mir schon wieder irgendwie fehlerhaft zu sein oder ich habe hier richtig was verpasst so jetzt soll ich wieder nach unten das spiel wenn es ja normal aber so viele quest fehler ständig nervig guck mal und noch mal ob es dann noch ein weg gibt irgendwo muss ja da was sein er sagt aber auch nicht so rausgehen aber hallo mohamed ob mir was auffällt achso er möchte es nicht kaufen später mohamed hab einen schönen tag darf ich hier reinfassen dann machen wir da doch wie eine zwischenebene die existiert die ich irgendwie nicht erreichen kann ich weiß es nicht freunde ich weiß es nicht es gibt nur diese eine halle mit diesen zwei seiten dingern hier mohamed ist da der fahrstuhl hilft mir nicht das hier denke ich auch nicht kann ich hier was drücken fahren wir mit dem wo treffen wir uns etwa auf dem dach zu so krassen showdown nein das wird erst mal ankommen man bist du welpe rechts wer jetzt muss entscheiden kippe ins maul geklopft junge dreckiger nacken nachdem sie als mitglied des isle of dog syndicats getötet hatten verbreiteten sich die gerüchte über ihren verrat über ihren verrat in der ganzen stadt sie sind nun feinde des syndicats aber vorher auch schon und ist mir so richtig egal ist das hier dieser bulldog wurde einst vom legendären anführer der herr dog thomas black selbst getragen schießt verschießt ist schrotpistole und mal gucken vielleicht können wir was tolles draus machen vielleicht mehr energie und schaden so ist denn sie niedriger ihre gesundheit ist bis zu 35 was soll das sein linke eine armbinde alpha hunde anzug genau richtig ist der erste mensch die wir komplett leer gemacht haben sardinen ein paar syndikatspritzerinnen hier nur rum den können wir noch kurz helfen die geschichte hallo will der damit abhauen hier oder red scorpion fleisch wer haben wir schon mal gesehen da bin ich jetzt aber gespannt was mir gesagt wird von von ground da oben ist noch eine kiste die schön leer ist ja wenn man sich die armbinde jetzt einfach ohne drüber streifen kann über die rüstung oder das kleidungsstück was man dann hat das wäre ganz schön da sind wir bald echt überpower dann können wir auch bald die super bots nicht mehr okay gelände scheint erkundet die situation ist geklärt ja wenn man nicht bereit ist zu waffenstillstand dann so wie es immer ist dann muss das anders entschieden werden dann muss Wilma Techno kommen in jedem Fall oh schönen Tag oh die werden jetzt draußen richtig pissig auf mich sein fuck die habe ich ganz vergessen und ich kann nicht schnell reisen solange die alle leben ach ist das ein Massaker hier das müsste alles nicht sein bin ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht ne kann ich nicht oh ich darf doch weg warum sind die alle nackt und tot jetzt was da müssen wir natürlich mal kurz mit anfassen hier ne trockene Zigarre vielleicht wäre jetzt hier irgendwer gleich aufgetaucht und hätte gesagt ja wir haben hier draußen schon mal alles geklärt oder so Rohzucker was war das hier H-Typ Helm ohne Riemen ok warum soll ich jetzt wieder reingehen warum empfängt mich hier dann keiner ah nein alter ist das euer ernst man aber guck mal ich muss glaube ich sogar hierher um oben das Funkgerät zu benutzen boah ich hoffe es für euch ja gut dann ist es nur halb so schlimm aber wie ist er jetzt nach da unten gekommen das versteht ihr ich glaube nicht dass das so sein sollte na icke oh den fand ich nicht so lustig tanku tanku funny funny i'm guessing by that side splitter this is the wayfarer will my take no white blackie boy is dead six feet shorter fucking book or one might before was any more ecstatic you can click my balls to a generator in light of bromley bungalow job this radio was in nilsons gaff though please don't tell me the blind bastard sold me out 1 plus 1 ist 2 ok what kind of tinker taylor soldier cunt does he think he is you're saying he's seen the light and gone turncoat the fucker is blind the close in the fucking night he lost his eyes on black soldiers and you're telling me he decided to hop the fence where the fuck is the loyalty that cunt for years he was my mentor for years and you're telling me he groomed me up to just fuck me like this you kill him you understand i want him dead and i want him dead yesterday you hear me just a fucking shame he didn't see it coming i hope that blind bastard loses his way to the afterlife fumbling around in the darkness for eternity like the rat he is right then you've beat the dog over the head and squashed the rat now it's time to cut off the dog's box no doubt you've made a ruckus up there keep doing so put down as many of those dogs as you can okay ah ah ja guck mal also das das muss ein fehler gewesen sein deswegen lagen die jetzt alle tot draußen rum schon vorbereitet weil es wirklich so sein sollte wie ich gerade gesagt habe dass wir unten da unterstützung kriegen sollten jetzt komisch sehr komisch die die der der Hier ist es, der nur eine und nur, glücklich zu haben. Ich glaube, du hast meine Trophäe. Hier ist es. Ich dachte, du kannst dich erzählen. Es enthält Black's own Lady Bristol. In der Flesch. Das war die letzte Sache, mein altes Mann zu sehen, bevor Black put eine Kräte in seine Hände. Ich habe das so gut gedacht, all meine Leben. Ich habe es gedacht, jede Nacht, was es wäre, was es wäre, wie es wäre, wie es wäre, wie es wäre. Es fühlt sich falsch an. Hier, es ist dein. Du verdienst es. Let's move on. I'll finish up here. Need some time, buy my lonesome. I sent Johnny down to the tunnels to catch any fleeing mutts. Make sure he doesn't bottle it. Hilft Johnny? Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Lass uns mal die letzten... Okay. Was war das denn? Ich hoffe, dazu kommt auch nochmal ein Pitch. Ach, will nicht machen, damit ich nicht abtage. oder hat er gerade die selbe stimme dieser junge das soll ich vorher so letzte hunde ausrotten anstrengend ich hasse eine stimme ist so dann lasst mir nur mal kurz auf frisch und dann gehen wir da runter blutpakete saufen die vollstellung einfach nur ein ticket Der Schuss war top. Das ist so geil. Jetzt rechts. Panspistole regelt. Oh, wie viele da unten sind. Oh. 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 Alter, Freunde. Nur habt euch doch mal so. Ist echt zu viele, ne? Also mal kämpfen fetzt. Keine Frage. Bam. Äh. Bet? Ah. Aha. Ein Söldner? Jetzt darf es aufhören. Ich hasse das, wenn meine Frau das macht, immer einfach so mein Verlies schleichen und mich erschrecken. Ich bin in allen Belangen so mächtig in diesem Spiel. Johnny. Das haben wir auf jeden Fall. Hey. Kein Dank an dich. Was meinst du mit wir? Hey, was muss man denn jetzt hier jede Gurke abklappern? Jeder braucht immer Hilfe. Warte mal, gibt es zwei Marker hier. Was ist hier los? Wie, boop. Hilf Winston. Aber das waren nur zwei. Winniertes Hochhaus. Komm, das checken wir da aus. Dann haben wir Level 40. Und einen Crash haben wir jetzt mittlerweile auch. Ach, ist das schön. So, auf ein neues. Hilf Winston. Wo ist der jetzt? Jetzt ist das Spiel abgestürzt und jetzt ist er woanders, oder was? Ey, mach mich doch nicht kaputt, Alter. Wirklich. Habe ich diesem Spiel irgendetwas getan? Ach, jetzt hast du ja Mager hier. Bitte lass mich da ankommen. Wieder Arbeit eines Mörders. Mörderers. Oh, oh, oh. Geh weg. Schieß dir ins Knie, du. Oh, die haben hier ein bisschen mehr zu bieten. Oh, die sind richtig heiß. So mehr. Er muss damit für dich genau reinrennen. Äh. Ihr könnt euch doch nicht auflösen. Achso. Durch hier. Oh, wo kommen die denn alle her jetzt? Ich bin fort. Das ist so lächerlich. Ich muss nur kurz nachladen. Gib mir eine Sekunde. Schlüssel. Achso, das sind die von dem Schiff hier. Das muss ich mir jetzt nicht auch noch gönnen. Ich würde noch viel mehr mit Nahkampf lösen. Aber dadurch, dass dieser, dieser Bug da immer ist. Oh. Oh. Das ist hier ein bisschen mehr. Darf ja die blocken. Ah, nee. Oh. Oh. Aber die haben dann natürlich auch die entsprechenden Erfahrungspunkte dabei. Oh! Oh. Oh, okay. Ah, wie er wackelt beim Laufen. Dienstschluss, Ma'am. So, die hatten wir alle schon. Wir könnten ja eigentlich auch mal den Revolver ausprobieren. Wir sind ja nicht mal am Punkt angekommen, wo wir helfen sollten. Bulldog. Vier Schuss nur. Unser Mann. Ach Gott, jetzt zieht der gar nicht. Oh, ne, komm. Ey, ist was für eine Entfernung, die zuschlagen dürfen, ne? Sie kamen. Von hinten. Aus der Deckung geprügelt. Da unten steckt ohne einer. Na klar, muss ich jetzt durchladen. Geh weg. Ich muss ihn hier noch in den Rücken schießen. Ja, da bist du ja. Vince Dolan. Was war denn die wieder da? Gott. Oh, der hat ihn echt umgebracht. Junge. Ja, so eine lange, gewaltvolle Folge. Na, er ist auch im Kampf. Okay. Wo ist er? Ja, jetzt kommt er. Äh, äh, äh. Ah, 70er V? Für den Söldner? Schon nicht verkehrt. Oh, ne. Okay. Na klar, darf ich ihn durchfassen. Boah, jetzt mischt er sich da hinten auch noch ein. Rittig. Ja. Ja. Hau doch einfach alle ab, ey. Und er muss jetzt wieder überleben. Können wir reden? So lästig. Oh. Nein, nein, nein. Die Lappe jetzt hier, Alter. Ja. Und hier ist die Folge über lang. Okay. So, Anthony kümmern wir uns nächste Folge. Gell? Dass das hier so lange dauert, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und dann verteilen wir auch unsere Perkpunkte und so. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hab den lassen Ärmel. Scheiße, warum? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Haut rein.